Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist, ich möchte die Insel ein wenig verschönern. Oh mein Gott, was tust du? Was machst du? Oh mein Gott, Leute, wir werden heute einfach mal Lumex heimlich pranken. Er wird echt verwundert sein, denn er will mir seine Minecraft-Fail zeigen. Allerdings, was er nicht weiß, ich habe hier einige Specials eingebaut. Zu einem habe ich nämlich hier in einen Raum so Command-Blocke platziert. Die befinden sich, um genau zu sein, da hinten. Wenn ich die aktiviere, dann steht hier, dass jede Menge Spieler das Spiel betreten. Also das wird echt der reinste Wahnsinn, wenn er sieht, was damit passiert. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst auf jeden Fall auch einen fetten Daumen nach oben da, Leute. 1000 Likes auf dieses Video sind easy drin und ich werde ihn dann erpressen. Wir werden nämlich sowas sagen wie, yo, der, der zuerst Diamanten findet, der darf entscheiden, was in dieser Welt passiert. Und ich habe mir eine X-Ray-Mod heruntergeladen, beziehungsweise ein Texture-Pack. Das heißt, ich werde garantiert zuerst die Diamanten finden. Und das heißt, ich werde sagen, dass Lumex die Welt zerstören muss. Es wird sehr verrückt. Das hier ist nämlich die Let's-Play-Welt von Lumex. Und wenn es euch gefällt, Leute, Like und Abo nicht vergessen. Viel Spaß beim Video. So, Freunde, da sind wir zurück in der Welt mit Lumex. Was geht ab? Jo, was geht, Fett? Heute bist du hier mit am Start. In meiner Meinung zu, Fett. Ja. Okay, reicht doch, Junge, reicht. Mann. Du bist hier heute mit meiner Meinung zu, aber du machst jetzt hier keinen Blödsinn heute. Das ist meine Welt, ja? Ja, wir machen hier keinen Blödsinn, genau. Also, Leute, wir sind in der Let's-Play-Welt von Lumex unterwegs. Und du hast gesagt, du willst mir so ein paar Sachen zeigen. Aber die Welt ist doch top-secret, meinst du, ne? Top-secret, hier darf keiner rein und so, ne? Nein, nein, aber ich zeig dir was. Also, die ist wirklich top-secret. Ich zeig doch, warum ich mir mitfällt. Warte, warte, warte. Ich geh mal kurz in den Creative-Modus, weil ich kein Essen habe. So. Okay. Wir haben doch nicht cheaten auf dieser... Nein, nein, hier wird nicht gecheaten. Keine Sorge, keine Sorge, ne? So, Achtung, komm mal her, komm mal zu mir. Ich bin bei dir, ja, ja, ja. Jetzt schauen wir mal nach, okay. Und... Achtung, warte. Ah, da ist so ein Knopf, habe ich gerade gesehen. Lol, oh mein Gott, oh mein Gott, warte mal. Ich war noch mal auf. Ich habe schon, ich habe schon. Alles gut, alles gut. Oh, unter Wasser sind wir hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da würde ich sagen... Oh, Junge, so ist undicht hier. Was machst du denn, Alter? Digga, wirklich, du bist ja richtig lustig unterwegs hier. Hallo. Junge, es ist undicht hier. Warte, ob wir eine Welt kaputt zu machen. Ich mach die nicht kaputt. Junge, was ist denn das für ein Glas? Wir haben es kaputt zu machen jetzt. Ey, du hast hier richtig schlecht. Ey, du bist in Game-Mode, hallo. Hast du irgendwie diese... Wurde du von den Village-Jungels scammed? Weil das Glas ist schon so ein bisschen kaputt, so ein bisschen brüchig, ne? Hör auf, hör auf. Komm, wir gehen raus wieder. Okay, wir gehen raus wieder, würde ich sagen. Hä? Loh! Dein Glas ist schon wieder kaputt gegangen. Ich bin auch rausgegangen. Reicht doch, jetzt ist es unnustig. Ja, okay, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Wie du geguckt hast. Hä, wo ist mein Knopf hin? Hä, mein Knopf ist weg. Warum ist mein Knopf weg, hä? Weiß ich auch nicht. Ey, mein Knopf ist weg, warte mal. Hä, wo ist mein Knopf hin? Ich weiß auch nicht, wer ein Knopf ist. Hä, warte, mein Knopf ist weg. Der Knopf ist einfach verschwunden. Hä? Moment mal, ganz kurz. Ich mach mal ganz, jetzt hier die Blöcke. Okay, ja, okay, 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 ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ist egal, wir gehen einfach hier durch. Ist egal, nein, wir gehen einfach hier durch. Passt schon, alles gut, alles gut. Hä, du bist immer noch im Game-Mode. Geh raus, das Game-Mode jetzt. Ja, ich weiß, beruhig dich doch. Ey, beruhig dich, Mann. Beruhig dich, okay? Was ist denn so weit mit der Welt? Ja, ich weiß, ich bin aber nur der Spectator. Sollen wir mal reingehen? Komm, geh rein, wenn du willst. Okay, ich geh mal rein. Ist denn überhaupt schon was gebaut worden? Äh, warte. Ey, kannst du ja mal nachschauen. Also, ich seh, hast du das Portal kaputt gemacht? Sag nicht, du hast das Portal kaputt gemacht, Alter. Du hast das Portal kaputt gemacht, Alter. Junge, du bist so ein dreckiger Hund. Wo bin ich gespawnt, Mann? Was hast du gemacht? Ich bin sogar tatsächlich daneben gespawnt. Guck mal, hier rechts. Ja, du wolltest mich einfach... Weißt du was, weißt du was? Dafür kommst du auch in die Hölle. Dafür kommst du in die Hölle. Kollege, du gehst da jetzt... Ey, warum ist da jetzt Neues gespawnt? Du bist so ein kleiner Schlawiner. Wie er einfach gehofft hat, dass ich irgendwie 20.000 Meter unter der Mine spawnen wahrscheinlich. Oder unter dem Boden spawnen, ne? Kann man nicht so irgendwie... Man kann doch irgendwie so eine Obsidian-Farm bauen. Weil man so kann man doch einfach übelst easy eigentlich so Obsidian-Farm, oder? Weil wenn er jetzt einfach so ein Neues spawnen, das ist voll easy doch eigentlich, oder? Eigentlich, aber er ist nicht immer in der Nähe. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Zeig mir mal, was du hier sonst noch so zu bieten hast. Ja, warum gehst du mir denn... Warum gehst du mir denn zwei mit uns, hä? Junge! Ey! Hör auf! Ich mein's ernst! Ich tipps uns hier alle an! Ey, hör auf! Das machst du nicht! Das machst du nicht! Ey! 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 Hör auf! Das ist... Ey, bleib wirklich! Ich fass so viel Schönen an dieser Welt dran. Ich hab Zählschot und Spiegel oder so in dieser Welt. Ey, hör auf mich! Hör auf mich anzugreifen! Hör auf mich anzugreifen! Hör auf mich anzugreifen! Ja, es war so klar, dass du mich tötest, du kleiner Hund, Alter, ne? So, ich tippe mich wieder zurück. So, ich tippe mich wieder zurück. Ey, gib mein Feuerzeug wieder, Junge! Ja, ist gut jetzt! Ist gut jetzt! Ey, ist gut! Ist gut! Ey! Junge, was ist mit dir? Ich hab meine Welt kaputt zu machen, jetzt. Ich hab jetzt meinen Spawnfall. Wir wollten doch auch ein Battle machen. Irgendwie wer Diamanten oder irgendwas findet. Ja, aber ich wollte noch ein bisschen deine Welt anschauen, deswegen. Ja, dann gib mal Equipment. Komm, wir machen es folgendermaßen. Okay, ich hab ein bisschen was. Machen wir folgendes. Wir machen das, wenn ich eher Diamanten finde als du, darf ich die Welt hier bestimmen. Dann darf ich bestimmen, was hier in dieser Welt passiert, okay? Nur die Folge aber, okay? Ja, ja, nur die Folge. Okay. Okay, dann gib mal her, den Aal. Ich hab nicht so viel. Ja, ich brauch aber Eisen, Eisen. Junge, ich brauch nur ne Spitzhacke, ich bin eh Profi. So, da, ich belieb mich einfach mal, ne? So, würd ich sagen, zack. Und dann würd ich sagen, ähm, ja. Ich geh auch noch kurz Equipment, warte. Ich geh ganz kurz mich ein bisschen Equipment. Ja. Ich geh jetzt mal jetzt alles schnell hier reinmachen. Warte, ich geh mich dann auch mal essen. Ja, ich brauch aber Essen, ne? Ich nehm mal ein bisschen was von deinem Melon hier mit, ne? Ja, alles gut. Ja, da brauchst du auch nicht rumgeißen hier, ne? Ein bisschen Holz nehm ich auch noch mit, ne? Aber jetzt nicht zu viel, ne? Nein, nein, nicht zu viel, keine Sorge. Ja, warte, du hast voll viel genommen, kann das sein? Ich hab nicht viel genommen. Hey, mein ganzes Holz ist weg. Wie viel Holz nimmst du denn, Junge? Guck mal, hier hab ich was echt schon Gutes gefunden. Ah, ey, 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 ey. Ey, aber nicht wieder schlagen, nicht schon wieder schlagen. Ey, hör auf, Junge. Wo bist du, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hier. Beruhig dich, beruhig dich. Mach das TNT wieder rein in die Probe. Ja, ich mach das TNT wieder rein, warte. So, TNT ist wieder drin. Perfekt, sehr schön. Ja, das kann ich eigentlich auch mitnehmen, das brauchst du eh nicht. Genau, das kann ich auch mitnehmen, noch ein bisschen von der Rüstung hier, ein Schild, das kann ich auch ganz gut gebrauchen. Warte, das hab ich gar nicht da drin gehabt. Was? Hä, natürlich war das hier drin. Ach echt, ja, ich geh nicht da drin, dann kann ich hier nochmal in die Schrift ausziehen. Noll. Okay, ich glaub, ich hab das jetzt probieren. Oh, ein Feuerzeug sehe ich, perfekt, das nehm ich auch noch am Weg. Ich hol mein Kompass nochmal, wo ist mein Kompass? Ich hol mein Kompass. Mein Kompass ist weg. Ich hoffe, das ist für dich kein Problem, dass hier was anzünden, ne? Warum ist das TNT eigentlich mehr in der Drohung drin? Pat, warum ist das TNT nicht mehr in der Drohung drin? Was hat da gerade explodiert? Nur im Wasser, ey, beruhig dich mal. Ich bin nur im Wasser, okay? Ja, okay, gut, dann lass jetzt anfangen, ich bin ready. Okay, okay. Warte, ich will nur ganz kurz dein weißes Feld kaputt machen. Ey, bist du... Da musst du mal alles... Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Komm! Ey, beruhig dich. Okay, beruhig dich, ich hab das nur unter Wasser gemacht. Hab nur unter Wasser gemacht, okay? Gib mein Schild, das Schild will ich haben, gib mein Schild. Ich brauch das für das, das ist mein Schild, ich brauch das. Ey, warum brauchst du das? Gib mein Schild. Ey, mach kein Miesen. Bisher, ich brauch das. Ja, okay, dann hier, dann hier, dann mach ich mir Neues. Ich mach mir Neues, alles gut, ne? So, zack. Ich bin ready, ich fahr jetzt, ich fahr schon mal los jetzt, ja? Wie, du fahr... Nein, 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 nein. Ey, warte mal, wir gehen nur mal ein Schild. Ey, warte kurz! Ähm, so, dann komm mal her, komm, wir fahren zusammen mit meinem Boot. Komm mit. Okay, wohin fahren wir denn? Ja, komm mit. Okay, 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 okay. Komm. Warte mal, ganz kurz eine Sache noch, warte mal. Du hast eine Sache vergessen. Okay, dann können wir jetzt weiter. Also, wohin gehen wir jetzt? So, da kommen wir rein ins Boot. Let's go. Ich hab noch eine andere Frage, ne? Ja. Ist es denn okay, wenn ich ein paar Freunden Bescheid gebe, dass die hier drauf joinen können? Also, besser gesagt, so ein Community-Post oder so, hab ich mir gedacht, können wir ja so machen. Auf YouTube ist die... Bist du lost? Nein. Dass die Leute hier so auf den Server joinen können, wäre das für dich ein Problem? Nein, 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 das machen wir wirklich nicht. Das hab ich keinen Bock mehr. Wirklich? Wirklich nicht? Nein, nein, nein. Weil ich bin ganz ehrlich... Oder wir können das freundermaßen machen. Ich schreib dir IP einfach auf deinen Discord drauf. Mach jetzt... Also, jetzt auf Ernst wirklich bitte nicht, weil das ist halt meine Welt. Ich hab da so viel Schutten dran gesessen. Okay. Für mein Server kann er auf. Deswegen bitte... Also, wirklich jetzt hier niemanden drauf joinen lassen, bitte. Und was ist, wenn ich dir sag, dass das leider schon passiert ist? Nein, du lügst dich, hör auf. Vielleicht? Nein, das machst du nicht, hör auf. Lass das Bett, wirklich. Warte, ich muss mich noch ganz kurz... So, Leute, ich bin noch mal kurz muted. Und zwar packe ich mir jetzt schon mal das X-Ray-Texture-Pack hier herein. Das heißt, wenn ich das Texture-Pack drin habe, kann ich, wie gesagt, einfach mal durch Wände sehen. Ihr seht schon, alles sieht hier komplett anders aus. Und Lumix weiß ja nichts. Deswegen kann ich mir das echt lustig vorstellen. So, ich enden mich mal wieder. So, jetzt... Also, wo starten wir? Ah, ja. Okay, da kommen schon die Spieler rein. Nein, nein, nein. Ey, Pat, nein. Nein. Nein, nein, nein. Bitte, ey, nein. Das hast du nicht gemacht. Ich dachte, das ist okay. Nein, 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 ey, Pat, nein, 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 nein. Wo spawnt die jetzt, Digga? Wo die spawnt? Wo werden die... Ja, okay, ich hoffe, die spawnen jetzt nicht hier auf meiner Isle, Digga. Nein, Quatsch, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ey, Bro, bitte, du kannst ja noch... Bro, ey! Das kannst du nicht machen, Digga, wirklich nicht. Warum nicht? Ist doch nichts Schlimmes bei einem paar Leuten drauf lassen auf den Server. Nein, wirklich nicht jetzt, Digga. Hä, was willst du denn für einen Gastgeber, wenn du nicht mal deine Zuschauer auf den Server lässt? Ey, ich nimm bitte... Ich nimm den Server gleich offline jetzt, wirklich. Nein, lass den... Ey, lass den online. Mach keinen Videos, mach keinen Videos. Wir machen jetzt das Video, komm. Also, Mining Battle, ne? Wer erster Diamanten findet, der... Ich find die sowieso zuerst. Ich bin schon mal weg, Pat, ja? Ich find die sowieso zuerst, sagst du? Okay. Ich hab ne Tür vergessen, scheiße. Fuck. Ah, ich hätte auch vielleicht auch ne Tür mitnehmen sollen. Stimmt, warte mal. Ich probiere mich einfach mal hier rein, hätte ich gesagt. So, zack. Ah, warte mal. Warte mal. Ah, ich muss schnell nach oben. Schnell nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich darf nicht sterben. Nein, das schaff ich noch. 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 So, Türcraft. Das wäre auch nochmal ganz gut. Das stimmt. Ey, das ist ganz erst mal... Ich bin immer für das Tier sammeln immer richtig weit irgendwie weg. Ich wusste gar nicht, dass das direkt bei meiner Instie direkt nebenan in der Höhle ist. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das ist ganz praktisch. Also, ich habe mir jetzt hier nochmal schmackhafte Melonen geholt. So, also denkst du, du findest eher Diamanten oder was sagst du? Ich weiß, die Höhle ist ehrlich gesagt gerade nicht so tief, wie es aussieht. Also, ich weiß nicht. Die Höhle ist nicht so tief. Nee, nee. Wo bist du eigentlich, ne? Ich bin auch in der Höhle, da wo du bist. Und ich suche gerade auch nach ein paar schmackhaften Diamanten, muss ich dazu sagen. So. Boah, ey. Denkst du, ich weiß nicht, ob wir hier wo Diamanten finden werden, ne? Das ist halt so die Frage so ein bisschen, ne? Das wäre natürlich super gut, wenn wir hier... Ey, hau ab, Alter! Ich wollte hier nach unten. Ich wollte hier nach unten gehen. Woher weißt du, dass es da nach unten geht? Woher weißt du das, Digga? Woher weißt du, dass es hier nach unten geht, Digga? Woher weißt du, dass es hier nach unten geht, Digga? Boah, ich glaube, ich stripmine mal ein bisschen, ne? Okay. So, ein bisschen Stripmining hier, ne? Betreiben. Ich habe Waterbuckle vergessen. Waterbuckle hast du vergessen? Weißt du was? Ist auch eigentlich komplett egal. Weil ich tatsächlich meine ersten Dias gefunden habe. Ja, ja, lüg weiter, Digga. Nein, ich habe die gefunden. Guck da im Chat. Diamanten. Hä? Was? Nein, im Leben. Wahrscheinlich, Stripz, meinst du so random und findest Diamanten, Digga. Hä? Guck doch mal. Ich habe mir einfach gerade ausgebuddelt und hatte irgendwie Glück. So, warte mal. Ich habe das Gefühl, hier finden wir noch ein paar Diamanten mehr. Und noch mal ein paar Diamanten. Let's go! Noch mal ein paar Diamanten gewonnen. Hey, hey, hör mal auf, Digga. Irgendwas stimmt nicht, Digga. Das kann nicht sein. Doch, 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 doch. Nein, das kann nicht sein. Guck mal, hier. Ich weiß, wie viele Diamanten ich schon habe. Sechs. Wie viele Diamanten hast du in der Welt so gefunden? Ja, nee, hallo, Digga. Ey, warte mal. Das kann nicht sein, Digga. Warum kann das nicht sein? Ja, weil das nicht geht, Digga. Warum geht das nicht? Ich will noch der Lebende Beweis, oder nicht? Ja, wahrscheinlich findest du so schnell so viele Diamanten, Digga. Ja, klar. Ja, Bro, es ist Glück, Digga. Es ist Glück. Weißt du, was auch Glück ist? Dass ich nochmal Diamanten gefunden habe jetzt hier im Moment. So, hier nochmal ein bisschen runter, zack. Ey, bleib weg von meinem Diamanten, Kollege. Junge, das ist meine. Hau ab, Alter. Was ist los mit dir? Ey, weißt du was? Weißt du was? Ich hab schon elf, weil ich hab Glück drei auf meiner Spitzverkehr. Junge, aber trotzdem, ganz ehrlich. Ey, ich lass mal, ich glaub, ich lass nochmal ein paar Leute auf dem Server drauf, wenn du mich jetzt nervst. Nein, nein, lass es. Ich lass nochmal ein paar Leute auf dem Server drauf. Doch, ich mach nochmal ein paar Leute drauf. Kommt, alle drauf da, alle drauf. Komm auf den Server. Nein! Nein! Warum weißt du ein Tier? Hier, lol, wie lust du bist. Aber, wie dem auch sei, wir haben besprochen, dass ich ja dann theoretisch bestimmen darf, was auf dem Server passiert, ne? Nein, Pat, Pat, aber Pat, das ist chill jetzt mal. Wie chill jetzt mal? Ich darf das bestimmen. Also, das war die, das haben wir ja ausgemacht, ne? Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen mal wieder rüber zur anderen Inseln und dann sage ich dir, was hier passiert. So einfach ist das. So, mein lieber Kollege, ne? Also hier, übrigens nochmal ganz kurz hier die Diamanten, ne? Zack, zack, zack. Elf schmackhafte Diamanten. Ja, ich hab auch elf, ich hab auch elf. Ja, aber ich hab trotzdem die Diamanten erster gefunden, ne? So, Kollege, ne? Ich darf jetzt in den Creative-Modus gehen. Ich geb dir jetzt, ich de-opier dich jetzt. Also, du kannst nix mehr machen, Kollege. Du kannst nix mehr machen. Du kannst mir da nicht reinreden. Du kannst nicht sagen, nö, Pat, mach das nicht. So, also, ne? Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist, ich möchte die Insel ein wenig verschönern, ne? Nein, lass es bitte. Nein. Ey, nein, nein, nein. Ey, Pat, Pat, wo bist du? Nein. Ey, nicht dein Ernst jetzt. Nein, ey, lass es, Digga, wirklich. Nein, 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 lass es, Digga, oh mein Gott. Es ist zu spät, du brauchst gar nicht wegmachen. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, Digga. Es ist zu spät, es ist zu spät. Kollege, es ist zu spät. Nein, nein, lass es, Digga, lass es, oh mein Gott. Alles zu spät, guck mal hier. Nein, Digga, das kannst du nicht lang. Alle schön mit Lava. Ey, reicht doch, Junge, bitte, nein, bitte nicht, wirklich nicht. Digga, reicht, oh mein Gott, was tust du? Was machst du? Nein. Ich mach jetzt genau das, was du immer machst, wenn ich meinen Server online lasse. Ey, nein, 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 bitte nicht, wirklich nicht, oh mein Gott. Lass es jetzt bitte, wirklich nicht. So, guck mal, was siehst du das hinter dir? Oh, mein Gott, was, nein, lass es, lass es bitte nicht. Wenn ihr wisst, darfst du das selbst anzünden. Hier, komm, nimm das Feuerzeug. Nimm das Feuerzeug, nimm das Feuerzeug. Zünd es an und er schmeißt sich vom Server. Oh, es ist zu spät. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Aua, 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 aua. Da geht einiges in die Luft. Nein, unter Wasser. Was ist das? Bro. Warte, eins fehlt hier noch. Warte, da ist noch ein bisschen hängen geblieben. Ein bisschen ist er ja noch. Ey, wenn dann alles weg. Wenn dann alles weg. Also. Blumex, wie findest du deine neue Welt? Okay, Blumex, komm wieder drauf. Komm wieder drauf. Komm wieder drauf. Warte, warte, komm wieder drauf. Ich muss dir was zeigen. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Doch, komm wieder drauf. Komm wieder drauf. Ich muss dir was zeigen. Also, ne. Erstmal ganz kurz hier nebenan. Siehst du, das waren hier keine Spieler, die draufgekommen sind. Das waren nur Command-Glöffel, ne. Also, nur mal so am Rande. Und die Welt hat... Ich hab natürlich ein Backup erstellt. Ich hab deine Welt jetzt nicht kaputt gemacht, weil sonst... Digga, das könnte ich dir nicht antun, Alter. Das könnte ich dir nicht antun, Alter, dass ich deine echte Welt kaputt mache. Aber, Leute, es war dann trotzdem sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Ja, wenn ihr weitere solche Videos sehen möchtet, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, die Welt hat's auf jeden Fall erwischt. Bis dann, ciao. Digga, du hast alles kaputt gemacht, wirklich. Wirklich.